Hallo Leute, hier ist der MC Tresser. Ich sitze hier gerade komischerweise in einer S1 nach Spittlersfelde. Dieses Lade lief schon so einiges schlecht, da war die Kacke schon ordentlich am Dampfen. Ich bin vom Gesundenbrunnen gekommen, ich weiß nicht genau, was ich letztes Jahr im Gesundenbrunnen war, da ist die S1 durchgefahren. Die Ringbahn ist, ist Platz, dann kamen dieses Jahr noch die Traktoren dazu, dann auch noch Glatteis, Streik, dies, das. Klickt euch deswegen einfach meinen Bus und Bahn-Song gegen Bus und Bahn-Unterbrechungen. Und dieser Sommer wird ein wahnsinnses Abriss. Hand aufs Herz. Glaubst nicht den Kopf hängen, das wird geil. MC Tritzel, was kommt eigentlich nach dem RKI-Web? Der kommt so direkt der nächste Banger. Ich bin natürlich meine Fans nicht warten lassen. Ich habe ihn bei Festival Reihendorf kennengelernt. Er macht ihm den Einstieg ziemlich schwer. Ich hake ihn ziemlich gern. Ich hake ihn ziemlich gern. Er hat von spät bis viel Bass. Ich habe den Raps dabei und Martin bringt den Schlager. Und wir beide, die liefern euch den Dommer-Hit. Nicht nur für diesen Sommer, auch für den nächsten. Ach Quatsch, was red ich da? Eigentlich für jeden. Denn ich rappe von Zielen, von Träumen und von Glück. Ich rappe auch von Liebe. Oh Mann, diese Freundin im Panko macht mich verrückt. Die Melodie trägt mich, sie fließt durch meine Adern. Ganz egal ob Rap oder Schlager. Ja, festes MC-Liveau. Ja, festes MC-Liveau. Äh, äh. Schlager. Schlager. Ja, festes MC-Liveau. Ich hab mich überrascht. Ich hab mich überrascht. Ich hab mich überrascht, die mir überrascht. Ich hab mich überrascht.